Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Musik im Haus und zwar im Livestream mit den Kites und ist ein lauterer Morgen als sonst. Normalerweise ist hier alles ganz ruhig. Wir nehmen noch Frühstück ein, aber die sind gleich mit dabei und musizieren hier ein bisschen mit. Die Abfahrt verzögert sich um wenige Minuten, weil Schlüssel nicht gefunden wurden. Das sind nur minimale Probleme. Minimale Probleme, ja. Ich mache mir keine Sorgen, dass sich diese Probleme lösen lassen. Unser Navigationssystem hat ja einen schlimmeren deutschen Akzent als ich Noors, Noors Highland drive. Der morgendliche Kommut in die Stadt Austin. Mit so fünf Stunden Anspruch. Es ist immer viel Verkehr. Es ist so die Party-Mile hier ein bisschen. Jetzt morgens ist es nur um Essen und so ein bisschen Livemusik und schon so ein bisschen trinken und Spaß haben. Aber es ist halt noch morgens. Und wenn abends das Wetter gut ist, dann ist das hier die Straße, auf der es wirklich abgeht. Mal sieht man, es ist der zweite Mal. Es ist der zweite Mal. Es ist der zweite Mal. Mal sieht man, es ist der zweite Mal. Fünfter Tag auf der South By geht zu Ende. Auch ein interessanter Tag. Es war Montag und die Messe, das Festival bekommt noch so einen ganz anderen Fokus, weil die South By Music heute angefangen hat. Die Interactive geht so langsam weiter. Und die Messe, das Festival bekommt noch so einen ganz anderen Fokus. Und plötzlich sind viel mehr Konzerte im Programmplan und in der Stadt und natürlich auch auf den Panels. Da sitzen dann Musiker und diskutieren über ihre Themen. Wir sind heute ein bisschen durch die Stadt gefahren und haben so die Stadt nochmal kennengelernt. Das Festival wird so ein bisschen versucht, seinen Platz weiter zu finden im 30. Jahr. Schon interessant mitzuverfolgen, wie das Festival die Stadt beeinflusst und umgekehrt 100.000 Leute ziehen neu jedes Jahr nach Austin. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung für die Stadt und für die Aktivitäten, die hier so stattfinden. Und mit dieser kleinen Gute-Nacht-Geschichte verabschiede ich mich ins Bett.